Hallo zu unserem neuen Vlog. Gestern kam es zum ersten bestätigten Corona-Fall in einer unserer Kitas. Eine Erzieherin in der Bärstädter Kita Storchennest wurde positiv getestet. Unsere Fachbereichsleiterin Nicole Stelzner-Lehmann stand im direkten Austausch mit dem Gesundheitsamt, um die entsprechenden Schritte abzustimmen. Wir haben so schnell wie möglich alle Eltern und Erzieherinnen informiert. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde die Einrichtung umgehend geschlossen. Seit Beginn der Pandemie erfassen wir in den Kitas alle Anwesenheiten und Besucher. Damit konnten wir die Kontakte schnell an das Gesundheitsamt melden. Bereits eine Stunde nach Bekanntwerden der Corona-Erkrankung konnte mit der Kontaktverfolgung begonnen werden. Die betroffenen Eltern und Erzieherinnen wurden von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch kontaktiert und die notwendigen Maßnahmen besprochen. Fast alle Kinder und fast alle Mitarbeiter gelten als direkte Kontaktpersonen und müssen sich in häusliche Absonderung begeben. Um die Betreuung in den anderen Einrichtungen nicht zu gefährden, werden auch mögliche Geschwisterkinder derzeit nicht betreut. An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten, Eltern, Erzieherinnen und natürlich auch unsere Fachbereichsleiterin Nicole Stelzner-Lehmann danken. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in einer solchen Situation ruhig, zielorientiert und sachlich zu bleiben. Besonders danken möchte ich aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, die momentan auch vor großen Herausforderungen stehen, an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten und einen wirklich wichtigen Beitrag leisten. Danke und viele Grüße aus Wölversheim ins Landratsamt. Wie wichtig es ist, dass unser Bauhof einsatzfähig bleibt, hat sich vor einigen Tagen gezeigt. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs musste die Wasserversorgung im Ortsteil Melbach kurzfristig eingestellt werden und der Schaden konnte glücklicherweise schnell behoben werden. Nachdem in der vergangenen Woche die Bäume im Rahmen unserer Sammelbestellung ausgeliefert waren, hat der Bauhof mit den Neuanpflanzungen der Gemeinde begonnen. An den verschiedensten Stellen in der Gemeinde wurden neue Bäume gepflanzt oder Ersatzpflanzungen vorgenommen. Alle, die sich bei uns als Baumpaten gemeldet haben, werden wir in den nächsten Wochen noch kontaktieren. Fast alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Einige kreative Köpfe aus Södel hatten die Idee, einen Drive-in-Weihnachtsmarkt zu realisieren, der an diesem Wochenende stattfindet. Man fährt mit dem Auto durch das weihnachtlich gestaltete Gelände, bestellt etwas und wird am Auto bedient. Es gibt zum Beispiel deftige Suppen vom Hermanns, Crêpe, Popcorn und gebrannte Mandeln vom Crêpe Café Hettenbach, Bratwurst, Steaks und Glühwein vom Biergarde und Heisen, Apfelwein und Honig von 61 200. Damit nicht alle auf einmal kommen und ein Verkehrschaus in Södel ausbricht, ist eine Anmeldung notwendig. In einem Zeitfenster ist nur eine begrenzte Zahl von Fahrzeugen möglich. Meldet euch jetzt online an und unterstützt damit auch unsere Gastronomen vor Ort. Eine andere weihnachtliche Aktion ist unser Adventskalender und dafür müssen wir noch Gewinner auslosen, wofür wir aber ins Rathaus wechseln. Wir starten mit der Verlosung für den 7. Dezember. Dafür haben wir die über 500 Teilnehmer aus unserer Excel-Liste rauskopiert und hier in unser Online-Tool eingefügt. Der erste Preis ist ein 50 Euro Gutschein für Tierfutter-Zubehör von der Kleintierpraxis Möller-Seeling aus Bärstadt und gewonnen hat die Viktoria Triesen. Der zweite Preis ist ein 24 Euro Einkaufsgutschein vom Zentrum für Bürotechnik und den gewinnt die Aline Hofmann. Herzlichen Glückwunsch. Der dritte Preis ist ein 5 Euro Gutschein von Hinnerbecker und den gewinnt die Melanie Häuser. Und der nächste Preis ist ein Set aus sechs Wölversheim-Apfelweingläsern und die gehen an die Julia Lux. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir als nächstes unsere Plätzchen-Ausstecher, die neuen mit dem Wölversheim-Logos. Die geht an die Jasmin Groß. Herzlichen Glückwunsch. Und als letztes haben wir einen von 10.000 Bäumen. Und diesen Baum gewinnt die Silvia Mück. Herzlichen Glückwunsch, liebe Silvia. Am 8. Dezember hatten wir eine kleine Umfrage gestartet. An dieser Stelle vielen Dank an die mehr als 500 Teilnehmer. Da so viele von euch mitgemacht haben, dauert es ein paar Wochen, bis wir alle Antworten im Detail gesichtet haben. Beim Überfliegen haben wir aber schon einige gute Vorschläge gelesen, die wir im kommenden Jahr umsetzen wollen. So, und nun kommen wir zur Verlosung. Der erste Preis ist Wölversheimer Honig von der Imkerin Julia Schneider von 61 200 im Wert von 20 Euro. Und gewonnen hat die Michaela Leinberger. Der zweite Preis ist ein 24 Euro Einkaufsgutschein vom Zentrum für Bürotechnik. Und der geht an den Klaus Zinsheimer. Der nächste Preis, eine 5 Euro Gutscheinkarte vom Hinnerbecker, geht an Die Sarah Kempen. Und die Plätzchen-Ausstecher gehen an die Daniela Stadtmüller. Und einen von 10.000 Bäumen verlosen wir an die Rita Koch. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und wir werden die Gewinner in den nächsten Tagen nochmal mit entsprechenden Informationen kontaktieren. Noch nicht in der Verlosung dabei haben wir unseren neuen Wölversheimer und Schutz, den ihr ab sofort beim Edeka-Markt Fiverr in Bärstadt und online bei Robin Bußart bekommt. Das war's für diese Woche. Vergesst den Daumen nach oben nicht, abonniert jetzt den Kanal und aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und bleibt vor allem gesund. Na, immer noch nicht unseren Kanal abonniert? Dann wird's jetzt höchste Zeit, damit ihr auch ja nichts verpasst. Auf Instagram sind wir auch für euch verfügbar. Da ist die Maske voll schon. Oh. Komplett voll. Oh. Ich hab mich schon gewundert, wo der Draht ist.